Du hast gesagt, du willst die Nachbarn einladen. Nicht, du hast sie eingeladen. Das ist eine andere Zeitform, oder? Häppchen? Häppchen? Was ist eigentlich das hier? Ein Teppich. Gefällt er dir? Den hast du wegen deinen Nachbarn gekauft. Und wenn sie schon mal da sind, hast du sicher nichts dagegen, wenn ich das Thema anspreche. Die wissen doch ganz genau, dass wir sie hören. Und sie finden es geil. Bitte sag nichts. Hallöchen. Hallo ihr. Ja, hallo ihr beiden. Darf ich rauchen? Nein, das ist bei uns in der Wohnung. Habt ihr auch einen Aschenbecher? Einfach auf den Teppich. Easy. Es gibt da noch was, was wir euch sagen wollten. Ah, wir wollten euch auch etwas sagen. Echt? Nein. Ihr zuerst. Nein, wir werden dann getrostet. Ich muss sagen, mir geht es bis zum Thema. Ihr. Wir haben Sex. Klar, wer nicht. Ich werde extrem schnell fröhlich und dann bin ich nicht mehr zu stoppen. Also, Thomas, der verliert nie seine... Kontrolle? Genau. Wir sind neidisch. Es ist nicht einfacher, einen guten Orgasmus zu haben. Sex? Wäre ja vielleicht hilfreich. Sie sind nett. Wir sind voll Idioten. Hey, aufpassen. Au! Schissendes Scheißarschloch! Schaf. Letztendlich ist doch alles nur ein Spiel. Ich bin ready! Wir tauschen die Partner. Aber wir sind nie mehr als acht. Logisch. Das... Ja, einmal sind wir zehn gewesen. Am Geburtstag. Ach so, ja. Klar. An meinem Geburtstag habe ich auch gerne viele Leute um mich. Und dann sage ich...